Und also on social media. There is also a CD. You can find an EP on your online CD store. Now I hope you can enjoy my transmission. Hallo zusammen, ich bin CM Obrecht, mit vollem Namen Claudius Obrecht. Mein CB-Funk-Laufzeichen Claudius 62. Ich bin aus der Schweiz und produziere elektronische Musik. Ich produziere vor allem mit Synthesizer, mit analogen und auch digitalen Hardware-Synthesizer und benutze nicht so viel DAW. Ich habe einen reduzierten Computereinsatz in der Produktion. Das bedeutet mehr Handarbeit. Ihr findet meine Musik auf iTunes, Spotify, auf allen Stores eigentlich. Auf CD, zum Beispiel weltbild oder cd.ch oder Amazon, könnt ihr die CD online bestellen. Und des Weiteren bin ich auf allen sozialen Medien, zumindest auf nahezu allen. Ihr findet mich als c.m.obrecht meistens, mit oder ohne Abstände. Nun präsentiere ich euch ein bisschen von meiner Musik und wünsche euch viel Spass. This is my track with the Hungarian title. Kemeni Stilus Labak. Trottoye moja sklapa. Smadjarskim naswom. Kemeni Stilus Labak. Kemeni Stilus Labak. Kemeni Stilus Labak. Kemeni Stilus Labak. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020